Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich hat die Verhängung eines Waffenverbots gegen Prinz Ernst August von Hannover bestätigt. Dieses war bei einem Polizeieinsatz nach einem Ausraster des Adeligen im Almtal verhängt worden, der auch eine strafrechtliche Verurteilung nach sich zog. Im Juli 2020 war die Polizei zum Anwesen des Prinzen in Grünau gerufen worden. Im Zuge des Einsatzes wurde ein sofortiges Waffenverbot gegen ihn verhängt. Die Bezirkshauptmannschaft Gmunden bestätigte dieses später. Ernst August erhob gegen die Entscheidung Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht. Sie wurde nun als unbegründet zurückgewiesen. Ernst August habe zwar keine eigentlichen Waffen verwendet, wohl aber sei es zu gehäuften Gewalteskalationen gekommen und der Prinz habe sich unter anderem einen Messerschleifer, einen Baseballschläger und ein Verkehrszeichen als Waffen zunutze gemacht. Es sei daher zu befürchten, dass er auch Waffen im Sinne des Waffengesetzes einsetzen würde, um durch deren Missbräuchliches Verwenden Leben, Gesundheit oder Freiheit von Menschen oder fremdes Eigentum zu gefährden.